Also, wir spielen Rumpelstilzchen. Du musst herkommen. Du musst jetzt sagen, du sollst Stroh spielen. Mach Stroh aus Gold. Nee, umgekehrt. Gold aus Stroh. Oh, das kann ich aber nicht. Oh Mann, wie soll ich das spielen? Guten Tag. Oh je, wer bist du denn? Ich bin das Rumpelstilzchen. Ja, und was machst du Rumpelstilzchen? Soll ich dir am Stroh zum Gold spielen? Kannst du das denn? Ja. Oh, das wäre super rumpelstilz. Was gibst du mir dafür? Ich gebe dir meine Uhr. Hier. Danke. Die hatte wahrscheinlich noch keine Uhr. Aber okay. Na, jetzt müssen wir kommen. Na super, warum verstehe ich den vielen Dank? Oh, bitte mehr machen. Oh nein, das ist gemein. Das kannst du mit Schuhen. Oh, ich spinn dir das Spiel. Oh, vielen Dank. Oh, was gibt es für mir dafür? Jetzt kannst du meine Brille haben. Okay, jetzt musst du sie wieder rumpeln. Ähm. Ähm, ähm. So, und beim zweiten Mal sagst du, ich habe nichts mehr. Ja, genau. Du musst noch mehr machen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nein, ich bin das so zum Gold spielen. Ja, aber Ruppel, ich habe jetzt nichts mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Versprichst du mir, dass du mir, wenn du ein eigenes Kind hast, ähm, ähm, gibst du mir standen. Okay, ja, ja, okay. Das ist ja eh noch lange hin. So, jetzt heiraten die zwei. Okay, wir heiraten die zwei. So, und jetzt? Okay. Und jetzt? Jetzt heißt es ein Baby. Okay. Auftritt Baby. Oh, mein Baby. Und jetzt? Jetzt willst du es abends haben. Jetzt kommt das Rumpelstil, wenn wir das Baby holen. Gibst du mir das Baby? Nein, ich gebe dir doch nicht mein Baby. Oh, und jetzt, 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 kommt der Dienstmüte. Du musst auch die Aufgabe stellen. Ach so. Ähm, jetzt musst du die Aufgabe stellen, dass er, dass er, dass er gucken soll. Nee, du musst die Aufgabe stellen, du musst jetzt sagen, wenn du, äh, den Namen, ich komme dreimal wieder, du darfst dreimal raten, was mein Name ist. Und wenn du dann, dass ich geraten hast, dann kriege ich das Kind. Du musst meinen Namen rausfinden, musst du sagen. Ja. Leider so nicht. Okay, wie viele Versuche habe ich denn? Drei. Drei. Gut, dann, äh, frage ich dich, bist du, äh, Peter, lustig? Nein. Bist du? So finde ich nicht. Versandmann? Nein. Bist du Rumpelstil? Das hat der Teufel gesagt. Das hat der Teufel gesagt. Puh. Boah. Vielen Dank.